so hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal und schon wieder ein ranglisten spiel live keine ahnung was mit mir los ist ist alles jetzt am samstagabend aufgenommen aber gute verkehrs dazu ich verachte dich dafür dass du nicht angenommen hast spaß guck mal ob es weiter so gut läuft keine ahnung woran liegt das wenn ich live kommentiere ich ja alles gewinne lustigerweise wenn ich mit den godclan spiele lustigerweise halt immer nicht so da trifft meistens genau das gegenteil zu dessen alles komplett im bach runter geht ich darf ben cool so kurz fragen ob harley ok und was band diese fanny ok lenzelot und lenzelot kein harley na und kommt noch irgendwas ja lenzelot lenzelot habt ihr schon verstanden ja gut wenn die das wollen dann machen wir das halt so kagura oh gott naja gut hit girl lapu lapu und Saber wie Saber ach Hayabusa stimmt ja so ist ja ok Hayabusa ein Assassine guck mal was die nehmen oh gott ein Cyclops Magie Resistenz muss kommen oh gott ein Schuh auch noch S plus S plus S plus noch irgendwas was riesige händler schuhe hat meine fresse alter weiter hat für pranken junge die könnte kommt da ein ganzes gesicht damit alter ich empfehle grog tank das ist ja schön also ich habe kein tank und das kommt jetzt na aurora ok nice und na kai sehr schön ADC or fighter scheiße oh man ey was ist denn das ich sehe das aber nicht weil es im dunkel ist 2 und was sagen sie no ADC gut dann spiele ich ruby mage habe keine mages sorry naja gut dann wird ruby ich empfehle das ist schön dass du das empfährst noch irgendwelche meinungen dazu nein gut dann ist es halt so guck mal die haben Harley alter sie haben all den cancer ach du scheiße und mankte dps ja wir sind gefickt weil es wahrscheinlich heißen oder wir sind scheiße auf jeden Fall sind wir gefickt wir haben zwar alle flackern aber trotzdem wir haben nur einen jungler naja guck mal vielleicht können wir es ja irgendwie gewinnen ich bin gespannt akai ist immer gegen so ein team von mage ist immer relativ gut ich habe hoffnung sieht gerade nicht so gut aus aber vielleicht schaffen wir es ja vielleicht bringt uns ja die eurobeat musik auf ein höheres level ich würde es appreciaten please don't let me lose ok also sobald level 4 angesagt ist so er wird ja mitte gehen gut dann gehe ich offenbar hoch ich würde das top lane halt so gefühlt überhaupt nicht meins ist naja guck mal na aurora bist ganz schön langsam ne boah jetzt haben wir ja gar keinen jungle für uns ne ich hoffe einfach das beste jetzt habe ich auch die timings nicht richtig drauf naja wird schon irgendwie gehen bin ich überzeugt von lol kommt der argus aus dem gebüsch erstmal ein bisschen zeit wasten kennt da nix so mittelverteidigter gar keiner not bad sagt er du machst das schon oder aurora aurora hallo aurora 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 das ist mein Hayabusa so hier ein bisschen helfen nach gehts wieder hoch im sinne von farm das muss sein dass ich das jetzt heute und verteidigung ja gleich man keine zeit oder was loll das ist schon level 4 alter der schirm ist so ekelhaft ohne witz so ich bin da ich bin da ich bin da ganz ruhig roh ich bin da ich bin da was ich mir noch holen können na egal ich bin da der behinderte du bist ohne witz ich bin nicht erledigt kurz gucken da komme ich schon euro ja komm anstatt den weg abzuschneiden läufst du einfach hinterher weil du so unglaublich schnell bist ja komm auch noch ein bisschen weiter hinterher vor allem hat sie jetzt auch nicht mal sonst kriegst du von jeder gegnerischen aurora immer diese die dieses vereisung system ja wirste aber kommst du meine eigene aurora nicht mehr drin plötzlich plötzlich hat hat sie nicht meine old oder so ficken aber durch zu tun schon wieder kein guter spiel anfangen i want the minions ja verpiss dich besser oh nein ja gutes haaport rückzug ok sie geht weg da kann sie auch mal eine runde machen ja ihr kriegt dich nicht merkt er selber als ob sie mich jetzt wirklich holen wollen er kämpft einfach im tower weiter auch komm schon aurora was ist denn das jawohl geht doch aber das argus sogar den tower schaden als leben bekommt das ist schon ein bisschen bisschen sehr lächerlich ja haja bruder nochmal den job alter kann sich noch mal sterben jawohl alter sehr schön ich gebe die mittleren keine sorge schon zweimal gestorben das ist schon dezent peinlich hatte ich mein flackern parat ich weiß es gar nicht ich vergesse den flackern dabei hat man statt vergeltung das kann ich mir immer schlecht merken so mal gucken ob ich ein bisschen pushen können jetzt attack the turtle kommt schon fast ja da guckt dann ist schlechter habe ich glatt euren tor platt gemacht jawohl weg damit ich liebe akai nein 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 ist das nervig mit diesem dreckschirm jawohl weg mit dem müll jetzt schon mal wieder machen sehr schön miss vielleicht kann sich ein bisschen herlocken und wenn jetzt der schuh kommt und ich bin so gut wie tot ja die beiden rennen natürlich weg aber gut dafür ist oben der turm weg naja gut sind wir für 30 gesagt 12 von uns gestorben aber dafür sind wir jetzt auch einem tor am vorsprung Leute Herr Buser der muss wegkommen da sind fucking assassine nein geh doch nicht da hin der kommt weg jawohl der durchschnittlich wenig leben und ich gehe auf jeden fall top bot lane das läuft grad nicht so gut mit meinem farm dreimal gestorben das ist nicht gut was machen die da oben was hat denn das ja die rohre ist auch tot das war auch nicht kommen zu sehen help was kämpft ihr auch da oben also wirklich also habe ich jetzt zu pushen komm schon ja komm sie schon schade hat er klappen können so ich hoffe der schuh kommt jetzt hier nicht an oh nein oh nein oh nein oh nein Oh nein nein komm schon komm schon komm schon komm schon ok weg hier schnell zur mitte ok der Argus ist noch ok Kommt schon. So, schnell hoch. Vielleicht kann ich noch was machen. Oh, komm schon. Ja, jetzt drauf da. Was ist denn das? Was machen die da? Was, was? Als ob da... Oh, wie kann man nur all seine Fähigkeiten so ins Nichts setzen? Hm, fast zwei. Also wirklich. Naja, aber den habt ihr jetzt aber. Nein, er entkommt. Gut. Chapeau, Team. Chapeau. Wie da einfach alles und jeder abhauen kann für euch. Chapeau. 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 GG. Wirklich. Oh, ja, kommt da nochmal an, Alter. Was kämpfen die denn da oben rum? Das bringt doch alles nichts. Na, geil. Wie kommst du nicht einmal durch? Das sieht nicht gut aus. Jawohl, wie ist es der? Schon mal weg. Ich gehe hochpushen. Das bringt jetzt nichts wieder vom Tor kämpfen. Man, man versteht das endlich. Zwei von denen sind raus. Jetzt oder nie. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Noch einer weniger. Jawohl, hier zwei raus. Boah. Da ist irgendwas wrong mit meinem Team. Sieh, dass das Team ist. Oh, wir haben immer noch Minions hier oben. Greif den Tower an, greif den Tower an, greif den Tower an. Er muss von mir wegrennen. Das will mir schon was helfen. So, mal gucken, ob ich, ich brauch gar nicht eine Seite machen. Ich push einfach weiter. Komm schon. Jawohl. Gut, dass ich da stand. Na, ich stehe im Tower. Nein. Na ja, gut, kurz hochgehen, heilen. Oh, shit. Geh weg von mir. Ich brauch dich gerade gar nicht hinter mir. End. Alter, mir gefällt mich immer noch. Kein Respekt, Alter. Aber jetzt sieht schon wiederum einiges besser aus. So, jetzt greife ich nur mit Grundangriffen an, weil ich brauch meine Fähigkeiten gleich, vielleicht, wenn jetzt keiner aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Oh, da ist er ja wieder. Oh, komm schon. Noch irgendjemand? Wir sind ja bald durch. Los, auch so. Aurora, macht doch. Die sind alle so lau. Jetzt mach doch mal was. Oh, nein. Was machen die da? Ich hab die so lange aufgehalten. Na ja, gut. Dafür fällt er unsere Tauer jetzt auch. Da, Angriff. Tu es. Okay, schade, kommt nicht weiter rein. Oh, ich hab, ich hab so viel, so viel Zeit rausgeholt und jetzt kommen die jetzt so viel an, alle von unten und nichts passiert. Helft dem Panda doch, helft dem Panda doch. Komm, was der macht. Oh, Leute. Der ist auch tot. Und ich bin auch wieder drin, sehr schön. Jetzt ist die Frage, was mach ich? Geh ich für den Buff? Ich geh um verteidigen. Jeden Moment. Versprochen. Schöne, Schöne, Tower. Aber wir jetzt noch weiter pushen. Das werde ich nun aber mal schön austreiben. Ja. Machst du nix mehr? Boah, der Hayabusa. Ich hab' noch bekommen. Oh mein Gott. Was? Ah, lol. Oh mein Gott. Er dachte, er könnte sich jetzt von mir weg teleportieren. Oh, wie gut. Ihr wollt wirklich den Lord machen? Ist so eine gute Idee. Aber Herr Hayabusa macht gut genug Schaden. Das passt schon. Und unseres. Easy. Sehr schön. Huch. Nicht wird. So, hier noch ein paar Minus mitbringen. So. Hat sich schon erledigt. Sehr schön. Oh mein Gott. Ich wollte die August noch ein bisschen ärgern, damit ich noch mal zu einer Fähigkeit ankommt. Oh, ich glaube, dass ich das auch gewonnen habe. Dreier Streak. Oh, wenn das so weitergeht. Ich bin zwar dann viermal gestorben, aber trotzdem. 14, 1, 4. Was zur Hölle. Aber ja, farmtechnisch auch. Besser. Ich hab' 10.000 gehabt, trotz 4.000. 5 Toden sogar. Ja, ich hab' meine 6,0 verdient. Aber ich war trotzdem besser als die ganze Gegnerische Mannschaft. Nur der August war 0,1 über mir. Puh, errungen schon. Was hab' ich denn geschafft? Ach was. Jetzt willst du mich zu Halloween einladen, oder was? Na zu, bist du, bist du hier? Ah, da bist du ja. Sehr schön, dass du mal meine Einladung annimmst. Fand noch mal. Oh, na, was geht der Herr, welche Einladung? Ich hab' also mir bist du jetzt schon, äh, die Stille, äh, was? Also, du bist jetzt schon eine Stunde online oder so fast. Keine Ahnung. Ne, ich bin ja. Ich hab' eben grad ein Game gespielt, ja nicht. So, warte mal kurz, was ist? Hast du dieses Halloween-Game gezockt? Ja, Alter, ist richtig geil. Warte, ich muss kurz kurz, was geschrieben was. Digga, ja, ich hab' geschrieben, Episch 5 mit 5 Sternen läuft bei dir, Digga. Ja, hast 4 geschrieben, jetzt hab' ich 5. Ja, auf jeden, krasse Sache, Alter. Ich hab' auch ne Errungenschaft, cool. Nice. Ja, ich hab' schon eine Dreier-Trick. Keine Ahnung, wenn ich jetzt live aufnehme, alleine spiele, Episch, gewinne ich. Keine Ahnung, was halt los ist. Keine Ahnung, was ist los ist. Nee, ist schlecht, Digga. Sehr gut, wollen wir ein paar Ründchen machen, oder was? Ähm, ja, ich kann ja erstmal noch meine Aufnahme jetzt behalten, indem ich verabschiede von diesem Gameplay von Ranked. Und, wie man sieht, kommt nicht ein Halloween-Gameplay. Jippie, jayay. Also, ich komm' aus dem Gameplay raus und du passt mich sofort ab, Alter. Ja. So, als wäre ich die Folge hier und dann, ne. Okay, leg los.